Oh, Telefon! Oh, Telefon! Hallo? Ja, hallo, ich bin's. Boah, alter, ich war heute wieder bei der Sportbette daneben an. Und weißt du was? Scheiße, hab schon wieder 50 Euro verloren. Jetzt steh ich hier bei dieser künseligen Tanja vor der Tür, bei der kannst du gut super perzen, Kippe rauchen, austreten, die ärgert sich am nächsten Tag. Und telefonieren unter ihrem Dach ist wie Telefonzette. Siehst du, deshalb steh ich gerade hier, scheiß regne gerade. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Tanja in ihrer Telefonzette vor der Tür. Pass auf, wenn die Olle nicht da ist, kannst Kippe hinschmeißen, kriegt sie ja nicht mit. Ei, ei, ei. Ha! Ritter in karierter Unterhose, Schwerter eiern auf Eier. Aus Freilandhaltung herab, zack, zack. Tinkenfleck tropft auf eisernes Blut. Die Mischung ist gut, verschwimmt auf einem Stein. Wer will hier der Ritter sein? Rüstung leer, Eier her. Dankeschön. Regenband. Der Bundesjogi kommt hier nicht rein, hat's Wippbändchen nicht am Handgelenk. Luxus, Schmutzugs, nix gibt es Pech. Ansehen und Prominenz, wer kennt's? Der Regen läuft, die Scheibe hinab, die Bremslichter erstrahlen in Pink. Ehrlich, ehrlich. Und der Bundesjogi steht und isst sein Eis aber vor der Tür. Dankeschön. Amen. 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 Häuser brennen am Rande der Stadt. Gelobt sei Jesus Christus. Sein Rettungsboot schwimmt noch. Löschen scheint unmöglich, da nämlich die Markierung fehlt. Wehe, 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 wehe. Es klatscht heute jemand Applaus. Der fliegt raus. Jetzt kann der Reifenwechsel vollzogen werden. Dankeschön. Sinn und Unsinn geben sich die Hand, rütteln sich, schütteln sich. Unsinn wird Sinn. Sinn wird Unsinn. Unsinn, uns, sie, uns, u. Sinn, un. Dankeschön. Schütteln sich, schütteln sich. Schütteln sich, schütteln sich, schütteln sich. Schütteln sich, schütteln sich, schütteln sich.